Eine der modernsten Solarmodulfertigungen weltweit steht im sächsischen Freiberg. Hier entstehen sie, unsere Sun-Moduls. Eine der wichtigsten Komponenten ist Sicherheitsglas. Es schützt die empfindlichen Bestandteile im Modul und sorgt durch seine Antireflexbeschichtung für eine optimale Lichtausbeute. Das Glas wird gereinigt und mit einer Einbettungsfolie belegt. Diese Folie garantiert die wetterfeste und stoßsichere Verkapselung unserer Solarzellen. Geprüft und nach Leistung und Optik sortiert treffen unsere Solarzellen in der Modulfertigung ein. Zehn gleiche Zellen werden zu einer Kette, dem String, fixiert und in Reihenschaltungen verlötet. Ein Roboter legt sechs dieser Strings entsprechend ihrer Polarität nebeneinander. So entsteht eine Matrix aus 60 Solarzellen. Das Modul erhält eine zweite Einbettungsfolie und eine Glasscheibe auf der Rückseite. Unsere Glas-Glas-Module B-Sun Protect lohnen sich in vielerlei Hinsicht. Durch bifaziale Zelltechnologie produzieren sie Strom sogar mit der Rückseite. Die zweite Glasscheibe garantiert zudem eine höhere mechanische Belastbarkeit und besseren Schutz vor Umwelteinflüssen wie etwa Hagelschlag. Es folgen weitere Prüfverfahren wie die Elektroluminiszenzmessung. Sie gibt Aufschluss über etwaige Zellbrüche oder fehlerhafte Lötstellen. Die Prüfung garantiert die gleichbleibend hohe Solarworld-Qualität. Erst dann gibt es die Freigabe für die endgültige Verkapselung, dem Laminieren. Glas, Folien und Zellen werden in einer ersten Kammer auf 150 Grad Celsius erwärmt. Eine zweite Kammer bringt die Einbettungsfolien zum Schmelzen, während Vakuum die verbliebene Luft absaugt. So entsteht ein blasenfrei verschmolzener Verbund. In einer dritten Kammer kühlt das Laminat wieder ab, um als wetter- und stoßfest verschweißte Einheit den Laminator zu verlassen. Unser Streben nach geprüfter Qualität zeigt sich auch in den später nicht sichtbaren Bauteilen. Den flachen Anschlussdosen etwa. Jede Dose und die darin enthaltenen Bypass-Dioden werden vollautomatisch überprüft. Geschweißte statt verlötete Verbindungen sorgen für höchste Sicherheit auch bei starken Belastungen. Schließlich werden die Rahmenteile, das Laminat und die speziell entwickelten Rahmenecken zu einem stabilen und gleichzeitig flexiblen Verbund verpresst. Hier schließt sich unsere lückenlose Chargenverfolgung. Jedes Modul ist eindeutig mit Typ, Leistung und Produktionsort gekennzeichnet. Ein letzter Vergleich aller Testergebnisse und eine finale optische Prüfung durch unsere Modul-Spezialisten garantieren, dass unsere Module sicher und langfristig Strom produzieren. Quality in Sight. Dafür steht Solar World. Eindeutig. Untertitelung des Sight. Vielen Dank.